Mit dem World Painter lassen sich Minecraft Welten zeichnen. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir in diesem Video aus der Tutorial Center Bilderwoche. Hey und Willkommen, um dir den World Painter zu installieren, gehe auf die entsprechende Seite worldpainter.net und lade dir die 64-Bit-Windows-Version herunter. Die Exe führst du nun mit einem Doppelklick aus und es öffnet sich der Install Wizard. Hier musst du die Lizenzbedingungen akzeptieren, um fortfahren zu können. Du wählst den Speicherort des Programms und nachdem du dich durch den Assistenten geklickt hast, installiert sich der World Painter und mit einem Klick auf Finish öffnet sich dieser. Bei der ersten Benutzung wirst du gefragt, ob du zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit anonyme Daten senden möchtest, dies kannst du verneinen oder bestätigen und vor dir liegt nun die Oberfläche des World Painters. Zunächst beginnst du dann mit dir eine neue Welt zu erstellen, dies geht über File, New World und du wählst einen Namen für diese Welt aus, du stellst im Anschluss die Dimensionen der Welt in Blöcken ein, wählst die Höhe, die Topographie, das Level des Wassers und das Grundmaterial, in diesem Fall Gras oder Dirt, je nachdem was in dein Konzept passt. Hier wählst du aus, was sich ringsherum um das Land befindet, entweder Ozean, Land oder ein bestimmter Welt sieht und hast du deine Einstellungen getroffen, klickst du auf Create. Vor dir liegt nun die erstellte Welt, diese kannst du mit dem World Painter einfach bearbeiten. Dazu stehen verschiedene Tools hier in der Toolbox zur Verfügung. Mit dem Pyramiden-Tool lassen sich mit einem Linksklick Pyramiden aus dem Boden hervorziehen. Das Fluten-Tool ermöglicht, dass du einige Flächen, die auf einer bestimmten Höhe sind, flutest, also Seen erstellst. Dasselbe ist mit dem Lava-Tool möglich. Du kannst insgesamt das Terrain anheben oder absenken, in diesem Fall mit Links- oder Rechtsklick und dem entsprechenden Werkzeug. Und wie du siehst, kommt ab einer bestimmten Stelle das Grundwasser zum Vorschein. Außerdem kannst du einen Bereich einebnen, um darauf zum Beispiel ein Gebäude zu errichten. Du kannst die Landschaft ein wenig weicher gestalten oder natürlich auch einfach Berge erschaffen. Auch kannst du den Spawn-Point einfach verändern, indem du dieses Werkzeug nutzt. Und mit dem Schwamm kannst du an bestimmten Orten das Wasser entfernen. Die Größe des Einflussbereichs der Werkzeuge lässt sich durch das Mausrad justieren. Und mit dem Werkzeug Global Operation kannst du eine ganze Landschaft mit einem Schlag verändern. Dafür kannst du das Terrain zum Beispiel einfach mit rotem Sand füllen und auf Go klicken. Doch wenn dir eine Änderung mal nicht gefällt, dann kannst du einfach STRG-Z oder rückgängig klicken. Merkst du plötzlich, dass der Platz in der Welt nicht ausreicht, dann kannst du auch einfach die Dimensionen hier oben verändern oder die gesamte Map anheben oder absenken. Auch drehen ist mit diesem Werkzeug hier kein Problem. Und bestimmte Chunks kannst du ebenfalls ganz einfach entfernen, indem du hier zum Beispiel auf Clear Section klickst. Hier kannst du jederzeit zum Spawn-Point springen oder auch die Welt nach Koordinaten betrachten. Oder auch die Welt an den Koordinaten 0, 0 und 0 betrachten. Hilfslinien aktivierst du mit diesem Icon und die Höhe kannst du mit diesen Kreisen anzeigen. Auch die maximale View Distance kannst du dir anzeigen lassen um einzuschätzen, welche Bereiche deiner Welt vom Spieler eingesehen werden können. Es gibt sogar einen Tag und Nacht Modus und du kannst die Richtung aus der das Licht einfällt steuern. Genug aber nun zu diesen verschiedenen Werkzeugen, wir schauen uns die Layer an. Und zwar ist es möglich, dass du eine bestimmte Region quasi mit Frost belegen kannst. Dafür wähle Frost aus und klicke und ziehe wie mit einem Brush Tool über dein Surface. Damit wird dieses Biom in eine Schneeregion verwandelt. Dasselbe geht mit Höhlen, die du einfach mit diesem Brush Tool unter der Erde platzierst. Tunnel im Untergrund sind ebenfalls hiermit mit diesem Tool möglich. Und auch Wälder lassen sich ganz einfach mit einem Brush Tool erstellen. Ebenfalls natürlich Pinienwälder, Sümpfe und natürlich nicht zu vergessen den Dschungel. Das große Nichts kannst du ebenfalls erschaffen, indem du dieses Brush Tool hier nutzt und mit Resources platzierst du, wer hätte es gedacht, Ressourcen im Untergrund. Aber auch Minecraft kannst du die Arbeit mit diesem Brush Tool hier überlassen, dann wird nämlich alles automatisch von Minecraft generiert. Wählst du Biomes aus, dann kannst du das Biom der Welt verändern, indem du hier ein Biom auswählst und wie gewohnt mit einem Brush Tool über die Landschaft ziehst. Auch verschiedene Stained Clay Arten sind hier einwandfrei möglich. Auch Text kannst du auf die Landschaft hinzufügen, indem du ihn einfach hier einfügst und mit OK bestätigst. Und unter Plus gibt es noch einige weitere Möglichkeiten. Damit du bei diesen Layern nicht immer denselben Brush verwenden musst, hast du hier rechts die Auswahl, in welcher Form der Brush auftreten soll. Du kannst also Biome zum Beispiel auch in quadratischer Form setzen, aber auch ein Brush, der nicht ganz durchgängig ist, ist natürlich möglich. Ebenfalls runde Pinsel quasi sind kein Problem. Und eine Rotation als auch die Intensität kannst du hier festlegen. Betrachtest du dein Werk und bist damit zufrieden, dann klicke auf File Export Export as new Minecraft Map, überprüfe deinen Minecraft Weltpfad, gib der Welt einen Namen und hier kannst du noch einige zusätzliche Einstellungen treffen. Unter anderem zum Beispiel den Spielmodus, die Schwierigkeit oder auch den Welttyp. Auch hier gibt es noch Optionen, wie dass du Höhlen überall erlauben oder verbieten kannst und sogar die prozentuale Wahrscheinlichkeit von Ressourcen lässt sich einstellen. Schlussendlich klicke auf Export und gedulde dich einen Moment. Am Ende bekommst du sogar nochmal eine Bestätigung und einige Informationen, wie groß deine Welt denn nun wirklich im Endeffekt geworden ist. In Minecraft angekommen siehst du nun deine Welt endlich in 3D und kannst sie bewundern. Dann hat dir dieses Tutorial, der Tutorial Center Bilderwoche gefallen, dann schau doch auch einfach mal in die anderen Tutorials. Unter anderem eines, in dem ich dir erkläre, was die wichtigsten Commands von WorldEdit sind. Link dazu ist jetzt hier im Video, als auch in der Videobeschreibung. Tschüss, Dankeschön und bis dahin.